Einen wunderschönen guten Abend beim Wetter. Regenschau und Gewitter klingen in den nächsten Stunden ab und dann steht uns doch großteils eine sternenklare Nacht ins Haus. Schauen wir uns die Europatemperaturen an. Zweigeteiltes Europawetter für den Muttertag. Relativ frisch von Lissabon bis nach London. Hier liegen die Temperaturen deutlich unter der 20 Grad Marke. Je weiter man Richtung Osten schaut, umso wärmer wird es noch. Denn in den nächsten Tagen gehen die Temperaturen markant zurück. Schauen wir uns die Einzelheiten für das Wetter am Muttertagstag an. Es wird vor allem am Vormittag viel Sonnenschein geben, ein paar harmlose Wolken, ähnlich wie heute. Am Nachmittag allerdings dann immer mehr Wolken, vor allem im Westen und im Süden. Und da sind gewittrige Schauer leider nicht auszuschließen. Ja, mit dem föhnlichen Südwind steigen die Temperaturen entlang der gesamten alten Nordseite noch einmal bis zu 27 Grad im Westen deutlich kühler. Vom 15-Tage-Trend her kann man den markanten Absturz der Temperaturkurve vor allem in Bregenz ganz gut mitverfolgen. Es wird ziemlich frisch, die Eisheiligen stehen im Kalender, aber ab Mittwoch geht es mit der Temperaturkurve wieder steil bergauf. Schönen Abend. Ein angenehmen Samstagabend. 28 Grad waren das heute in Hohenau an der Marche und morgen zum Muttertag wird es ebenfalls föhnig und sehr warm. Allerdings gibt es wieder ein paar kleine Schönheitsfehler. Und die Schönheitsfehler des heutigen Tages habe ich hier gleich zusammengefasst. All dies, unser Blitzortungssystem hat verbreitet, Wärmegewitter registriert. Aktuell sehen Sie vor allem noch in der Steiermark ein paar rote Punkte und hier im deutschen Eck gibt es auch noch ein paar Blitze. Aber jetzt in den Nachtstunden wird es immer weniger. Und es steht verbreitet eine sternenklare Nacht ins Haus. Die Großwetterlage ist im Moment von drei markanten Punkten geprägt. Und zwar ein Tief über dem Atlantik, das sich Richtung Frankreich bewegt. Von einer massiven Kaltfront und einer kräftigen, föhnigen Südströmung, die warme Luftmassen bis weit hinauf zur Nord- und Ostsee drückt. Das Österreich-Wetter jetzt im Detail. Wir starten sehr freundlich in diesen Sonntag hinein mit viel Sonnenschein, ein paar harmlose Wölkchen. Aber ab Mittag werden die Wolken langsam wieder ein bisschen dichter. Und vor allem in den südlichen und in den westlichen Landesteilen sind gewittrige Regenschauer leider nicht ganz auszuschließen. Der kräftige Südwind treibt die Temperaturen kräftig in die Höhe. In der Früh dürfen Sie mit 8 bis maximal 14 Grad rechnen. Und tagsüber dann zwischen Salzburg und Eisenstadt können die Temperaturen so bei 27, vielleicht auch bei 28 Grad liegen. Sonst deutlich weniger, beispielsweise Bregenz nur noch 21 Grad. Wenn Sie auf den Bergen unterwegs sind in 1500 Metern Höhe 14 Grad, in 2000 Meter Höhe um 10 Grad. Und jetzt der Blick auf die nächsten Tage, nämlich auf den Montag und auf den Dienstag. Wir sind ja gerade mitten in den Eisheiligen drinnen. Am Montag dann merkt man schon, dass es im Westen markanter abkühlt, nämlich auf 22 Grad. Der Wind kommt immer noch aus südlicher Richtung. Gewittrige Regenschauer sind dabei. Markanter Temperatursturz dann am Dienstag. Nur noch 14 Grad im Westen, 20 Grad im Osten. Aber dann ab Mittwoch geht es wieder steil bergauf mit der Temperaturkurve. Schönen Abend. Untertitelung des ZDF für funk, 2017